Hallo! Muss ich nochmal Hallo sagen? Hallo! Okay! Ist das voll gut? Ja, ne? Ich bin maximal abgefuckt. Ich habe gerade den Vlog vom Lagerfeuer geschnitten, ja? Der kommt hier raus. Hier raus? Dann fändest du wieder ein. Ja. Ich hoffe, es gefüllt. Ich mach jetzt den DJing. Machst du mal deinen Fals vor? Das ist... Das muss ich jetzt fliepen. Das ist... Das ist... Jetzt gucken wir jetzt, wo ich noch was davor mache, weil du das jetzt auch gezeigt hast. Ist doch egal. Scheiße, raus. Ist doch egal. Mach ich's rein. Meine Mutter hat mich heute voll zusammengeschissen, weil ich heute morgen fast ein Fahrradfahrer umgefahren habe. Ja, sorry, Anna. Sorry, dass ich fast ein Fahrrad aufgefahren kann. Da eben war's der Herbert. Komm drüber hinweg. Ja, meine Mutter heißt Anna. Achso, stimmt. Ja, fahr doch still! Ach gut! Ah! Ah! Wuh! Verlustig! Wuh! 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 Ja, aber jetzt ist es halt näher dran! Naja, hier kannst du auch auf der Autobahn fahren. Ja, aber nach Hanau. Ja, auf die andere Seite kannst du auch fahren. Ich glaube, fahrst du das Team von Autobahnen? Ein kleines Reiter! Ein kleines Reiter! Ein kleines Reiter! Wir erweitern hier gleich den Raum in den Raum. Ja! Ist auch nicht gut, dass du da... Immer vor's Gesicht! Vor's Gesicht! Vor's Gesicht! Vor's Licht! Ja, doch eben schon! Ich kann halt hinten nichts sehen! Ja, aber was wird denn da aussehen? Ja! Guck, dass sie jetzt... Guck, dass sie es so richtig gemacht hat. Einfach beim nächsten Kreisel. Du musst jetzt gerade aus praktisch. Mein nächstes Kreisel ist am Ende. Warum? 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 Halt! 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 Scheiße! Ich hab auch noch gesagt, er ist ein krasses Kreisel. Jetzt haben wir über Karl! Ich bin abgelenkt, wenn ihr mit mir redet. Ihr müsst halt einfach... Ihr müsst halt einfach leise sein! Warte, dein Kopf, ne? Ich seh nicht, ob da jemand hinten kommt. Das ist doch ein Seitenspiegel. Ja! Okay, von da aus kannst du... Der Smart soll sich mal ein bisschen beeilen, Alter! Oh Gott! Sie fahren mal 100 und... Super! Toll! Ich muss wieder Gas geben! Ich seh auch nicht, ob da jemand hinten... Ganz gut gemacht! Mach mal so! Du hast es gesehen, ne? Du meinst eine Parallelsicht? Parallelsicht! Also Leute, so saß ich auch noch nicht da. Ich muss hier die Beine breit machen, weil die Gisela sonst nichts sieht! Die Beine breit machen! Siehst du was? Ich klinge mich drauf ab! Jetzt kann ich auch mit dem Spiegel hier sehen, ne? Wenn du jetzt Autounfall warst... Das ist ein schöner Weg! Leute, wir sind im Stau! Ich glaub das nicht! Kaffee, Kaffee! Das ist so krass! Das ist krass! Jetzt mach mal hier, mach mal Drama! Ah! 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 Ich bin auch im Stau übrigens! Sieht man nicht schnell! Ach! Wir fahren schon wieder weiter! Guck! Fließt wieder! Schön! Das war ihr zu viel! Aber wir sind da! Und wir sind frisch! Und wir sind jetzt hier! Wir suchen nach... Das erste Zeichnetzeige wird gesperrt! Ach Quatsch! Kurz! Wir suchen nach Shisha-Tabak! Vicky sucht Shisha-Tabak! Ich brauche Vanille! Vanille brauchen wir! Vicky, was hast du gekauft? Ich habe einen Tabak mitgenommen! Er macht ganz neun anscheinend! Also, die Person meines Vertrauens, die sich damit ausgeben kann, den auch noch nicht! Und damit hab ich an meiner Shisha-Tabak mit so Pumpe dran! Damit kann ich einen trauen! Ach, jetzt ruf der mich grad an! Und da hab ich so einen Teil, dass ich jetzt einen Schlauch dran machen kann! Da hab ich eichläuerliche Angst zu spüßen! Nimmt sie gleich zwei, ne? Vor allem ist besser als einer! Wir waren gerade auf Subway! Er war so auf einer witzigen Art und Weise! Ja! Wir waren dezent überfordert! Ich war überhaupt nicht überfordert! Ich fand's witzig! Ich war dezent überfordert! Ich hatte voll Angst, da hinzugehen! Es regnet! Es regnet! Ich hab die geöffnet und der eine so, ne, steht da schon halb drin! Der eine hat ne gesagt und der andere jahre könnte es sein! Und dann war der eine so, wem glaubst du mehr? Imo da mir! Ich so, bitte, I don't fucking curse! Sie auch? Iconic! Er so, ja, bis neun! Ja, die warten doch! Warten nicht! Ah! Hast du überfahren worden! Die wartet! Dankeschön! Wurde ich fast überfahren! So nen letzten Vlog, du hast fast überfahren! So nen letzten Vlog, du hast fast überfahren! Ha, da! Clickbait! Regnet's? Ne! Ähm, genau! Also wir haben jetzt auf jeden Fall unser Foot! Ich, das ist Footlong! Oh, und das! Ist jetzt noch heute ganz... Ja, Karl ist gerade! Ja, ja, ja! Das ist kein Foot! Pass mal links auf! Ich will überfahren werden! Das ist gut für den Vlog! Fängt an zu regnen! Ich glaub, wir müssen rennen! Oh! Fuck! Gisela! Was hast du gemacht? Hä? Die hat dir in der Mittelfinger gezeigt! Das ist nicht nett! Der hat wahrscheinlich angerupt! Ja, aber... Oh, bitte! Ich wollte einfach jemandem in der Mittelfinger! Ganz Geschenkpapier gegeben! Komm mal! Was ist das? Oh, bitte wieder da! Wir machen jetzt einen Taste-Test! Wow! Da hat der Pauli das Zeug hier eingeklemmt! Moment mal! Ihr habt mir das auch gemacht? Gar nicht! Klappt! Das ist ja den Ganzen! Ich hab den Ganzen! Können wir jetzt anfangen? Ich hab nur... Jedes Mal, wenn wir einen Taste-Test machen! Das letzte Mal haben wir einen gemacht! Du hast vergesst den Film! Chin Chin! Mein Mund ist nicht groß genug! Und? Wie ist es? Mhm! Ich hab nur Brot gegessen jetzt! Oh mein Gott! Das ist wirklich gut! Das ist remarkably fucking gut! Ich hab drei mehr! Ich glaub, den haben wir gesessen! Das war geil! Ja, irgendwie hab ich auch schon geiler gehabt, wo ich eigentlich immer die gleiche Kombi nahm! Es liegt da, dass wir jetzt schon ein bisschen spät da waren und das ganze Zeug schon den ganzen Tag lag! Aber immerhin hatten wir so keinen Druck! Hatten wir sowieso nicht! So! Endlich! Nein! Ich schau an! Wann jetzt filmen wir? Wir essen oder? Nein! Man sieht mich gar nicht! Ich bin so dunkel! Du bist nicht schwarz! Also! Wir spielen gerade! Das ist Dance! Das ist Dance! Das ist Dance! Das ist Dance! Ihr könnt jetzt gucken! Leute! Wir sind wieder da! Ich glaub, ihr müsst ein bisschen näher sein! Ja, ja! Ich bin wieder da! Ja, ohne wieder! Okay! Fortsetzt! Achtung! Hi! Gisela! Gut, dass ich keinen Controller hab, ey! Was? Oh, wow! Das sind doch so normale Tänze, die man theoretisch auch im Club tanzen könnte! Im Club! Da waren sie so wirklich! So! So tanzen im Club! Ja! Ja! Er hat wirklich gewinnen! Oh Gott! Er macht ja gar nichts! Er macht ja gar nichts! Er ist winning by doing this! Ein Satz, zwei! Ja! Wieso gewinnt ihr? Haha! Ja! 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 Du hast total gewonnen! Du warst okay! Ich hab gewonnen! Dann komm! Und dann komm! Und dann komm! Und dann komm! Ja! Da ist die, äh... Die Strahlung besser! Die Strahlung! Ich will der Diamond sein! Ich will freilich der Diamond! Okay... climber! otra Ey, das hat gar nicht geschenkt. Ich habe das nicht. Tschüss.